Und eine Springhut überschwemmt den Stühlenhorizont. Kliste, schaubelig und süß, verschwimmen ohne Zahl die Flut. Und den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mund im Ogenlieb. Der Dichter, der den Haar versreibt, rauscht sich an den Heiligen Rindel, den Weg übersandet er mit siebsten Haar. Und taumt samt, ich lüfte den Wein, den man mit Augen trinkt. Am 16. Oktober 1912 wird in Berlin Pierrot Lunair von Arnold Schönberg für eine Sprechstimme und fünf Instrumente uraufgeführt. Es gibt zischende, johlende und beleidigende Zwischenrufe. Die Mehrzahl der Zuschauer ist empört. 13 Jahre zuvor schrieb Schönberg verklärte Nacht. Welch ein Unterschied zu Pierrot Lunair. Der Dichter Der Dichter Komponisten, die heute als Klassiker der Moderne längst anerkannt sind, wurden zunächst angefeindet. Man schimpfte sie Revolutionäre und übersah, dass ihre Musik bei aller Neuartigkeit ganz folgerichtig aus der Spätromantik hervorgegangen war. Der Dichter Der Dichter Der Dichter Der Dichter Wenn man diese Musik nur in Akkorden spielt, hört man den Bezug zum Grundton ganz deutlich. Über Jahrhunderte hinweg waren die Töne in einem System geordnet, das man Tonalität nennt. In diesem System beziehen sich alle Töne auf einen Grundton, beziehen sich alle Klänge auf einen Grundklang. Aber schon bei Richard Wagner wurde der harmonische Aufbau der Melodien und Klänge so weit gespannt, dass man die Beziehung zur Grundtonart oft kaum mehr wahrnehmen konnte. Ein Beispiel aus Wagners Tristan Dichter Géer Musik Hören wir diese Musik noch einmal und halten einen bestimmten Akkord länger. Musik 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 Hört man diesen Akkord lange genug, vergisst man, dass er nach Auflösung strebt. Er erhält einen Eigenwert. Musik Am Ende dieser Entwicklung reichen die bindenden Kräfte der Tonarten mit ihren Ganz- und Halbtonschritten und den Dur- und Mollharmonien nicht mehr aus. Claude Debussy verwendet eine Tonleiter, die nur noch aus Ganztonabständen besteht. Musik Nur zwei solcher Ganztonskalen bestimmen das ganze Klavierstück Voile von Debussy. Musik 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 host Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020